Das ist zugegebenermaßen ein trauriger Anblick. Es sieht feucht aus, die Erde sieht feucht aus, aber ich war jetzt zwei Tage nicht da und konnte nicht gießen. Und demzufolge ist unser Gießanzeiger natürlich dem Wasserdrucker legen. Ich will aber mal zeigen, wie schnell er anzeigt, wann es gut ist. Jetzt habe ich hier geschätzte 300ml nicht mal ausgegossen. So, es steigt der Druck im Boden und demzufolge richtet sich unser Gießanzeiger wieder auf. Ich werde jetzt nicht mehr gießen, das reicht, man sieht es ja noch. Das Wasser hat ein bisschen Mühe bis runter zu kommen. So, na denn, ich hoffe das hilft euch allen.